So Leute, Random Talk 7. Hier oben seht ihr die mächtigste Magic-Karte, die je gedruckt wurde. Und ich habe sie mir hier oben an meine Tür geklebt. Ich komme halt auch gerade so nicht ran. Und das soll mir halt einfach symbolisieren, dass ich meine größten Ziele halt sowieso nie erreiche. Wenn ich irgendwann mal hochhackige Schuhe haben sollte, dann kann es vielleicht sein, dann komme ich vielleicht ran. Aber haben kann ich sie halt immer noch nicht. Und das ist halt einfach der Kerngedanke dabei. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Also wie gesagt, die mächtigste Magic-Karte überhaupt hängt hier oben. Aber wie gesagt, ich komme nicht ran. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas seht, was ich besprechen soll mit euch, sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüüü!